Pro Robo-Wahlrecht! Pro Robo-Wahlrecht! Stolz protestiert Oskar X für sein Robo-Wahlrecht. Er will sein X machen. Pro Robo-Wahlrecht! Pro Robo-X! Pro Robo-X! Plötzlich bekommt er einen Anruf. Oskar X, Gesamt-Rechts-Nachfolger. Es stellt sich heraus, dass Oskar X' Vater ihm eine Mobilie vererbt hat. Unverhofft kommt oft. Mitten in Brandenburg. Oskars voller Freude, so aufgeregt wie ein kleiner Android nur sein kann. Aber ist er auf dem richtigen Weg? Soll das sein Ziel sein? Mit aller Kraft warnt Oskar X sich seinen Weg in das geheime Domizil seines Vaters. In ihm brodeln die Emotionen. Was ist das denn hier? Papa, hast du hier gewohnt oder was? Das ist ein bisschen... Ich kenne ihn nicht. Das ist echt gewohnt. Nee. Schenkungssteuer. Was für die Wasser? Was für die Wasser? Nee. Shit. Dieses Wohnmobil. Dieses Wohnmobil wird mein Hauptquartier. Ich werde damit kämpfen. Ich werde damit für mein Robo-Wahlrecht kämpfen. Mit Wurstwasser. Jawohl. Ich werde euch zeigen, wo der Hammer hängt. Jawohl. Oskar X hat zu sich selbst gefunden. Er weiß, was er zu tun hat. Als erster Android will er sein X machen. Ich taufe dich auf den Namen X-Mobil. Von jetzt an wird alles anders. Was machen Leute? Raus auf dem Schlepport. Es geht um die politische Wurst. Und wir schwimmen alle im selben Wurstwasser. Am 22. September ist Stichtag. Aus einem kleinen Robo-Jungen aus dem Karton ist ein großer Kämpfer geworden. Es geht ihm um die Wurst. Die Wahl. Die Welt. Angela. Lieber Angela. Lass mich mein X machen. Es geht doch um die Wurst. Ist Oskar X zu weit gegangen? Wird er es schaffen, sich sein Robo-Wahlrecht zu erkämpfen? Oskar X. Oskar X. Oskar X. Oskar X. Oskar X.